Hey, wie geht's? Hey, danke. Ja, du, mir geht's gut. Ich habe zurzeit wieder wirklich viele Projekte und viele um die Ohren, aber es gehört doch so in den Beruf. Also ich knüpfe zurzeit wieder ziemlich viele Kontakte zum Networken. Sport mache ich auch wieder und koche etwas gesünder. Also, ja, mir geht's gut. Ich bin gesund und ich lebe praktisch meinen Traum. Aber manchmal fühle ich es sich gar nicht danach an, wenn ich gerade nicht im Tonstudio bei Rehearsals oder in Einheiten Stunden bin, dann fühle ich mich ganz leer. Plötzlich stille. An manchen Tagen schaffe ich es, mich zusammenzupacken und rauszugehen. An anderen wiederum swipe ich auf meinem Handy auf und ab, vergleiche mich auf Instagram mit Leuten, die besser sind, schneller, schöner, schlanker, disziplinierter. Ich weiß nicht, was aus meinen Hoffnungen und aus meinem Stolz geworden ist. Es ist ein Ringen um Anerkennung. Ich denke an all meine Projekte, die ich in meinem Kopf habe, die ich umsetzen möchte, aber es sind viele. Zu viele. Wie es mir wirklich geht. Ich will einfach nur weg. Ich bin müde. Zu müde. Zu müde für den Post, der wahrscheinlich sowieso viel zu aufdränglich ist. Zu müde für das gesunde Essen. Zu müde für meine Projekte und zu müde für die geknüpften Kontakte, die nun gepflegt werden müssen. Ich habe meine Leidenschaft zu meinem Beruf gemacht und jetzt? Jetzt ist es mir zu viel. Ich ziehe meine Schuhe an und gehe auf den höchsten Punkt, den ich in meiner Umgebung finden kann. Ich muss an nichts denken. Ich setze einen Fuß vor den anderen und genieße. Und wenn ich angekommen bin, dann spüre ich die Ruhe. Ich denke mal, ich bin großartig. Ich bin großartig. Untertitelung des ZDF, 2020